Der nächste Christensen für Hertha BSC. Wie die dänische Zeitung Tipps bladet und der Kicker berichten, wird der Däne Gustav Orse Christensen zum Hauptstadtclub wechseln. Der 18-jährige Flügespieler wird im Sommer ablösefrei aus der Jugend vom FC Midjylland kommen. Es wird lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig. Laut Tipps bladet hat Christensen den Vertrag bereits unterschrieben. Wie lange er das Trikot der Blau-Weißen tragen wird ist allerdings nicht bekannt. Gustav Christensen läuft momentan für die U19 des FC Midjylland auf. Dabei erzielte er in 16 Partien 26 Tore und legte zwei weitere auf. Damit kommt er bereits auf 28 Scorer-Punkte. Diese Saison gab er auch sein Profi-Debüt. Im Oktober absolvierte er ein Pokalspiel über 45 Minuten und wurde auch in der Europa League gegen Sturm Graz kurz vor Schluss eingewechselt. Wie der Kicker berichtet, wird Christensen erstmal im Jugendbereich von Hertha BSC eingesetzt. Dort soll er schrittweise aufgebaut und schrittweise an den Profikader herangeführt werden.